Mittwoch Auf sie freut sich jeder Nur die Betroffenen finden's nicht immer lustig Denn bei Live-Sendungen gibt's kein Zurück Die 10 witzigsten TV-Pannen 2007 Mittwoch, 20.15 Uhr Sonntag, 16.30 Uhr Formel-Exklusiv Mit Nasaneckes und Kai Ebel Formelflitzer auf der Landstraße Warum dieses Rennauto auf öffentlichen Straßen Gas geben darf Und die Polizei nur zuschaut Außerdem völlig durchgeknallt Im autoverrückten Amerika lassen schon die 6-jährigen die Karossen hüpfen Formel-Exklusiv Sonntag, 16.30 Uhr